Reif an Jens! Morgen! Sonntagwüster, alle Scheiße, oder? Oh ja. Fangen wir neu an? Fangen wir neu an, ey. Nein, gestern Abend sind wir hängen geblieben, wir konnten nicht groß fahren, wir haben eine Runde gedreht. Da haben wir ihn dann reingeschoben, er lief nicht ordentlich, er machte nur Probleme, der Korn. Das heißt, der Vergaser ist nicht so aufbereitet gewesen, wie wir uns das vorgestellt hatten wir in der Gruppe, also geben wir heute den Vergaser an, wir gehen die Spur an und Jens, was geben wir noch an? Wir haben noch was ganz Tolles, das haben wir gestern auch noch dazu bestellt. Die Räder sind da. Die Räder sind da. Das Ziel ist nämlich, morgen ist Montag, da wollen wir DÜV machen. Nicht DÜV, ja doch DÜV, HU machen wir da, H-Kennzeichen, weiß ich nicht. Ja. Und danach ist sofort Anmeldung angesagt. Und dann gleich noch mal Zulasserstelle. Gleich Zulasserstelle, da wollen wir den zulassen. So, also wir haben ein bisschen zu tun. Ich würde sagen, du nimmst den jetzt erstmal auf die Bühne schnell und steckst schon mal Räder an und um. Dann nehmen wir den Schlagschlauber dazu, das geht einmal frei. Erstmal ziehst du dich um. Erstmal ziehst du dich um. So machen wir das jetzt. Und dann geht es damit los, dann wird Spur einstellen Probefahrten laufen kann, weil dann haben wir noch Dienstag, Mittwoch, fangen wir an auf den Platz aufzubauen. Und Donnerstagnachmittag soll das Auto ja schon hin und Donnerstag haben wir gar keine Zeit mehr für solche Späße. Morgen. Du musst nichts mit der Zahnbürste machen. Gar nichts. Den Hänger habt ihr vergessen. Bring Fremde nachher mit. Achso. Da wird mich heute noch. Heimweh Toiletten, Klopapier wird heute gepackt. Klopapier. Das, was ich die ganze Woche so schlimm gebraucht habe. Also ich habe schon, ich habe schon ganz schön was davon weggebracht. Das sage ich dir. Was? Ne, ne, ich bin, ich bin, ich glaube ich nicht mehr infektiös. Ich weiß ja nicht, ob ich infektiös ordentlich war. Ich weiß ja nicht, bei wem ich es mir geholt hatte. Aber es war sehr hoher Klopapierverbrauch. Hier, wohlfühlen muss man sich dann auch wieder. Und das ist einigermaßen okay. Die, die alle dann da jetzt die Räder machen. Guck mal hier, ich habe gerade abgefüttert. Gehen wir mal hier zum Affenwärter rein. Da. Die kleine Rasselbande. Die ist voll irre. Die ist hier gerade Fütterungszeit. So, die kann man so schnappen. Ja, die kann man so schnappen. Dann kann man sie so in die Hand nehmen. Wenn man die da so nimmt und so hochhebt und fallen ihnen das vielleicht dann. Ich bin ein Adler. Ich bin ein Adler. Da haben wir so schön die Flügelchen auf, die kleinen Scheißerchen. Ui. Hohoho. So, das kommt bis weiter. Hopp. So, fünf Küken. Genial. Bunter Misch aus, weiß ich nicht, deutschen Zwergkampfhahn, der hier die dicken Pramas bestiegen hat. Ach, du bist doch doof, du Hühner. Ihr seid wirklich total blöd, ihr Hühner. Schmeiß nicht das Futter alles um. Na gut, vielleicht möchtest du das auch einfach auf den Dreck zuschauen. So, das ist hier der Hühnernachwuchs. Also es ist ja nicht nur so, dass wir Autos machen, wir mal auch noch Hühnen. Kann man aber noch nicht essen. Wir wissen noch nicht, was da von Hähnen sind. Weil die Hähnen brauchen wir ja. Aber die Hähnen, die geben schön das Frickersee bestimmt. Mal gucken. So, sind wir oben. Wir sind oben. Wir haben ein ganz, ganz großes Glück gerade gehabt. Wir haben nämlich gerade das Spurmaß drangestellt und haben gemessen. Haben vorher noch mal mit Augenmaß ein bisschen nachgedreht. Und Jens, was ist passiert? Wir mussten nichts nachstellen. Wir haben so eins, zwei Millimeter Differenz gehabt. Da haben wir gesagt, da machen wir jetzt gar nichts mehr. Da brauchen wir nicht noch weiter rein und raus drehen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das heißt, jetzt ist die letzte Amtshandlung unter dem Auto. Vielleicht mal für die Leute zu erklären, was eine Spur bedeutet, Jens. Wir nehmen mal hier raus. Also die Lenkung auf der Seite. Jetzt zeigt uns Jens mal, was eine Spur bedeutet und dreht mal das Rad ein Stück nach innen. Das heißt, wenn ihr mich, seht ihr das? So, das würde jetzt bedeuten, das wird so v-förmig nach vorne und die Räder würden wie ein Schneeflug arbeiten. Bedeutet, dass auch die Räder nutzen. Vorspur. Vorspur. Und dann gibt es noch Nachspur. So, wenn du richtig auf die Eisen trittst, gibt es eine Bremsspur. Rüdiger, oder? Wenn du lange die Scheiße machst und dann alles raus räucherst, hast du die auch im... Was? Das ist im Schlupfer? Ja. Das sind Bremsspuren. Ich dachte, dass Baumwolle immer rostet. Ja. So, naja, gut. Also habt ihr das gesehen. Wie man das verstellt, ist eigentlich eine ganz einfache Geschichte. Wir haben das eben mal mit dem Spurmaß gemacht. Wir werden euch ja mal ein Video drehen, wie man Spurmaß stellt, aber da haben wir gar keine Lust dazu. Diese Dinger hier, das ist hier reingedreht. Diese Kugelköpfe, die an der Lenkung hängen. Und die werden aufgrund dieser Entfernung, die hier drin steht, rein und raus geschraubt. Demnach verändert sich die Spur. Das ist klar. Jetzt wir gehen ein Stück rein. Und jetzt machen wir nichts anderes als die Köpfe festziehen. Hier kommen die Dings drunter, mit Splint, die Mutter, die Kronmutter. Dann werden die hier zwei gekontert. Das heißt, wir drücken das hier drauf, drücken die Schraube dran, drehen die richtig fest, dass sie hier auch nicht weg kann, legen das Sicherungsblech um und das war's. Kleiner Tipp für euch, wenn ihr diese Kugelköpfe mal wechselt und die Spur nicht einstellen wollt, nehmt ihr einfach beim Rausdrehen und überlegt, zählt genau wie viele Umdrehungen ihr macht. Eine Umdrehung, zwei Umdrehungen, drei Umdrehungen, merkt euch was weiß ich. Acht, komplette Umdrehungen. Nehmt einen neuen Kugelköpfe und dreht den acht Umdrehungen wieder rein und dann passt das eigentlich. Eigentlich. Also in der Regel. Jens, wir machen jetzt fest, oder? Rüdiger sucht weiter Bremsspuren. Lass uns doch mal das reden. Zieh mal die Hose runter. Was? Ich hab heute früh frische Schlüppi angezogen. Naja, wir wollen ja grad gucken, vielleicht hast du ja dann, wie war das, die Tage lang nicht? Doch, 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 doch. Unser Thema ist natürlich... Der Morgenschiss kommt ganz gewiss. Und wenn es erst am Abend ist, und das ist halt dieses Scheißthema, ist halt genau welche Rego, ne? Eine Woche Schösseritis vom Allerfeinsten. Aber wer hat das nicht? Das ist die Aufregung. Die Aufregung vom Treffen, die Aufregung hier fertig zu werden. Oh ja. Nein, das gönne ich keinem. Das gönne ich keinem, weil das ist so unangenehm. Oh, das Schmutzfängerchen fehlen mir noch. Richtig, Schmutzfänger bauen wir heute auch dran. Siehste? Aber das können wir erst machen, wenn der Vergaser läuft, weil es nicht zu spuzfänger. Was sollen die für Schmutzfänger fangen? Ich möchte das mal ganz alleine machen. Das darfst du. Rüdiger fettet. Nicht so tief, Rüdiger. Nicht so tief. Keine Kaprioten, Rüdiger. Was der für Muskeln hat. Hier, komm her. Wo ist der Arm? Da kommt die Wurst. Ja, die Wurst. Hast du hier rausgedrückt? Nee. Hast du schön angepresst? Nee, du wirst nicht weg. Jetzt ist er wahrscheinlich alles voll. Kann man alles verringen. Genau, das wird alles hier dran geschmiert, schön. Das machst du sehr ordentlich. Rüdiger, das machst du sehr ordentlich. So, was tun wir gerade? Wir haben das abgefettet. Was habt ihr davor abgefettet? Das hier? Kupplungsseil. Jetzt weiß ich aber, warum die Kupplung so blöd ging. Ist ja logisch. Wenn am Seil nichts dran ist, geht die halt trocken. Das war alles noch trocken. Aber das will nicht. Das kommt aber. Ich übertreibst du nicht? Versau dich das ganze Auto von unten? Nee. Ja, Rüdiger. Nicht so tief, Rüdiger. Nicht so tief. Ich muss das echt mal. Jens hat das schon als Klingel tun. Wir müssen das mal suchen. Wir müssen das mal hineinschneiden. So, Rüdiger. Komm her, Rüdiger. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Rüdiger, komm mal her, Rüdiger. Hier geht's weiter. Hier haben wir jetzt noch. Hier haben wir jetzt noch das. So, da ziehst du. Hier machst du nur drei Pumpstöße. Es geht ja nicht. Wieso geht das nicht? Weil die jetzt wieder nicht geht. Vorhin ging die wunderschön. Doch. Du musst doch merken, das spürt man doch in der Hand. Die geht so einfach. Die pumpt das nicht rein. Guck mal, wie du bist mit dem Ding. Bist du schon ganz am Ende? Ja. Wie soll das dann auch gehen? Mach mal einer das schön. Rüdiger. Ich hau dich in die Schnauze. Du verdammter Jahrmehrtsgräbel. Du bist fett. Wenn du fett willst, musst du mich angucken. Da siehst du, was fett ist. Fett ans Pedal. Ja, einmal hoch mit dem Finger. Komm Andi, wackel mal am Schüssel. Machen wir den Schüsselwackler. Ne, ich weiß nicht, ob ich Wacken habe. Geil. Ja, das klingt auf jeden Fall schon mal wieder besser. So, was war unser Hauptproblem? Warum hat es nicht funktioniert? Warum hat er rumgestockt beim letzten Mal? Weil die Schwimmer war nicht ein bisschen verdreht. Schwimmerventil. Hier, wenn wir den Schikaufvergaser sich angucken, Andi hat es dann entdeckt, haben wir hier dieses Schwimmerventil. Das ist eine Kugel mit einer Feder. Und wenn da hier unten das Loch dazu ist und da irgendein Fropfen drin steckt, dann ist natürlich klar, dann läuft der Schwimmer über. Und wenn der Schwimmer überläuft, läuft die ganze Pratze in den Vorschaltdämpfer rein. Dann hat man irgendwann so einen schwarzen Fleck hier unten. Wenn man den anfasst, das stinkt nach Sprit. Ist klar, es sind unverbrannte Abgase gemischt mit Benzin. Ist ekelhaft. Stinkt Jens? Ist da eine Ablage drin? Nein, noch nicht ganz. Aber Ekel hatte die große Klappe. Er hat einen neuen Aschenbecher für ihn. Da du ja nicht drauf bist, ich habe keinen neuen Aschenbecher für ihn. In der Beschreibung steht zum Beispiel da, es gibt zwei verschiedene Voreinstellungen für den Schwimmer. Einmal 10 und einmal 12 Millimeter alter neuer Schwimmer. Alter Schwimmer aufgeschäumt, neuer Schwimmer Hohlkammer Schwimmer. Das ist mal so ein aufgeschäumter Schwimmer. Und das ist der Hohlkammer Schwimmer. Also gibt es zwei verschiedene Voreinstellungen für dir. Also auf Deutsch, du hast eine am Schwimmer. Wer ist nicht Schwimmer? Pepe ist doch ein Nichtschwimmer. Aber Pepe kann zumindest sagen, ich kann schon schwimmen wie eine Bleiende. Ja. 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 Die ist so schmerzresistent, diese Frau. Die merkt gar nicht mehr. Ja, ein bisschen hat sie gezuckt. Hat ja die Zahnbürste weggelegt. Mikrofaserlappen. Fränzchen auch? Mhm. Jetzt ist hier Fettfinger wegwischen. Wir nehmen Mikrofasertücher, damit wir ja keine Kratzer dran machen. Wir gehen auch noch nicht mit irgendwelchen Flüssigkeiten da ran. Ich meine, wir könnten natürlich auch mein Domi noch mal aktivieren, ob er da schon irgendwas draufschmieren will zur Versiegelung. Aber ich denke, lass das mal so. Und wenn wir die Mikrofasertücher nehmen, da kriegen wir hier nicht die diese Squirts rein, wie der Tommi immer sagt. Das heißt, diese typische, was aussieht wie Wäschanlage. Andi, du Lappen, du Sapperlappen. Andi macht nämlich Sapperlappen. Deswegen ist er jetzt der Sapperlappen. Genial. Bei mir passen die original Schlafen bei Andi nicht. Ne? Ne. Der macht doch generell dickere rein. Einfach, weil wir es können. Ja, ich habe jetzt drüben. Ui, das sieht doch schon mal ganz schick aus. Ganz schick sieht das aus. Aber, das stimmt nicht, wie wir hier die Sapperlappen gebaut haben. Wir bauen die nochmal um dann drüben, Jens. Wieso? Ja, das guckst du dir nochmal genau an. Du musst dann gucken, weil hier das Blech ist auf der anderen Seite. Vorne ist das hintere Blech, also das einmal verdreht. Das machen wir doch schön dann. Hier das stimmt nicht. Ja, drüben stimmt das nicht. Hier ist es richtig. Das Blech gehört nach hinten. Das kleine. Aber das ist ja angeschraubt, brauchst du nochmal umbauen. Das ist der Dirigent, der kommt jetzt. Der dirigiert dich. Das ist natürlich auch ein musikalisches Talent, dein Sohn. Gib dem das Ding zurück. Los, dirigier deinen Papa. Dressier ihn. Zack, zack, spring. Rüdiger, spring. Hopp, hopp. Nicht so tief, nicht so tief, Rüdiger. Bebe, das machst du gut. Immer schön draufwanzig auf den alten. Fränzchen, Popänzchen. Tu die Schlieren polieren. Aha. Was machst du da, den Aschenbecher leer? Ich mach die Aschenbecher leer. Ah, du machst die Aschenbecher innenbeleuchtung dran. Ja. Da kommt ja Geld rein bei euch, gell? Einzelne Euros für den Wagen. Der ist dann mit der M6-Birne festgemacht. Das ist eine M6-Birne kommt da rein? Das ist eine M6-Birne. Glaub ich nicht. Ich glaub, da täuscht dich, weil es in der DDR-Zeit war ja TGL, da hatten wir M5-Birne. Ach, TGL-6. Ne, da haben wir noch M5-Birne. Mit den schwarzen Balken vor die Augen. Ach, ihr wollt unerkannt bleibe Videos? Wir wollen immer mit den schwarzen Balken vor die Augen. Ich bin eigentlich dafür, dass euch das viel schöner macht. Normalerweise frage ich mich sowieso. Wie so ein naturhässlichen Mensch stellt sich vor die Kamera. Ihr macht doch mal das Ding, wenn die Leute sich sehen. Das ist, wenn du noch Blödsinn rauskommst. Die polieren, der fummelt da rum, der wird nicht fertig. Die wollen die Sauberlappen anbauen. Das sind staatlich geprüfte Fummler. Fummler. Nein, das sieht so schön aus. Hier sind übrigens die Radkappen jetzt drauf. Also das ist jetzt am Ende, wenn das jetzt noch ein bisschen trocken bleibt, in einer Stunde spätestens noch mal eine kleine Probefahrt gemacht. Jetzt klingelt mein Telefon. Jetzt kann ich mich zum Friseur gleich. Jetzt kann ich zum Friseur sagen, dass es so ist. Ja. Der Herr Direktor kommt zum Haarschnitt. Wunderbar. Bis gleich bald. Sind wir uns auch welche von ProList? Ja. Da, Zahra. Die hinten waren es eben 6 oder 5. Die da. Ne, ich glaube die kleineren. Das haben wir. Das haben wir. Das müssen wir, glaube ich, erstmal nachschneiden. Außen machen wir auch ein M6. 12 mal M6. Bei M6 mal 12. Das scheint auch ein M6 zu sein, oder? Ja, das ist ein M6. 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 Warum ist hier in der Cudi-Box der M6 nicht da? Gytzer. Und das waren das. Echt. 1, 2, 3, 3. 1, 2 ... こってる Andy. Dann schmeiße ich ihn runter. Die haben wir mal nicht nachgeschrieben. Ein bisschen Farbe drin. Das hält ja prima, das Teil. Muss er festspannen. Ja, hatte ich aber. Dann hast du losgedreht. Was ist hier? Ist aber drin. Warte, ich schneide nach. Nichts nachschneiden. Ja, hab ich ja drüben auch. Ist ein Haugen von der schwarzen Paste drin und von oben Lack. Ist von jedem was dabei. Ja. Das schneiden wir so nicht nur nach. Das ist doch ein Ding. Ich hab's doch eh festgekriegt. Geht's doch nicht. Da passt das nicht. Was? Ich würde sagen, die Haare sind andersrum. Wie? Na, wo wird das Spitzlauch still? Die stehen so schräg. Echt? Die stehen ganz schön schräg. Okay, ich dachte ja nicht. Was ist das nicht los? Wieso? Die stehen so schräg. Ja, die hat's ja nicht dran. Was? Ja, so wie ist es nicht drüben. Was haben wir jetzt hier? Bist du denn sechsmal drin? Ja. Ich geh durchs hin. Wie geht's? Bei einem Endschalter. Mittenschalter, das Blechchen. Da geht's ja auch so laut. Da hat drin noch ein Blechchen, oder? Ja, ja. Okay. Dann geht's mal schön. Du musst ein bisschen drüben, den Kuchen. Du musst ein bisschen drüben, den Kuchen. Ja, ja. So. Das Blech darf ja abgenommen. Da siehst du nämlich ein bisschen drüben. Dann machst du den Mechanismus und dann stellst du die Höhe ein. Das löst. Oh, gib mir aber die Achtung. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass das hier trotz das Fett, das alte Fett stinkt wie Katzen. Scheiße. Das ist aber schon über Neugelfett. Ja, aber hier sind noch super alte. Die alten Reste. Die wüffeln ein wenig. Das riecht so ein bisschen. Ja, die... Das ist aber das Schöne, das ist gut. Das hier wieder lösen. Das, was hier gelöst. Jetzt will ich gucken. So geht's weiter nach oben. Also wir müssen... Jetzt muss man verschließen, weiter runter gehen. Kannst du das nicht als Vergleich nehmen? So. Ja, so geht's wieder. Jetzt machen wir fest. Jetzt sieht's alles wieder. Dann ziehen wir das jetzt mal fest. Das Problem ist, du müsst jedes Mal das Blech oben rausnehmen. Verstehe. Verstehe. So. Dann ziehen wir das jetzt wieder fest. Und jetzt müssen wir es wieder hoch an. Du gibst das Blech? Ja. Jetzt fädeln wir das Blech wieder ein. Ja, dann wirst du wieder verstanden. Was willst du denn? Ja. Da, 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 da. Da, 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 da. Ja, das machen wir ja dann. Aber so richtig zimperst die Dächer nie so gleich, oder? Ja, das kannst du aber hier an dem Ding einstellen. Wenn das keiner weiß, macht das auch keiner. Ja. Ja, ist klar. Ist klar. Ja, ich will ja nichts. Was muss ich jetzt tun? Du musst es, glaube ich, erst runterstellen, Baba. Erstmal. Nein. Die Feder nach hinten drücken, ein Stückchen. Und dann müssen wir hier auf diesen grauen Blibbus aufreden. Was für einen grauen Blibbus? Der hier. Ja. Den musst du hier drehen. Und du musst die Fehler mit runterdrücken. So. Hast du? Wirst du nicht. Nein. Nein, der ist verkantet. Jetzt habe ich das. Jetzt muss ich es rein und runterlassen. Was rein und runterlassen? Aber meine Schiene muss doch das Ding hier noch aufnehmen. Nein, nein, nein. So, und runterlassen. So, warte, jetzt kann ich es von drinnen wieder ein Stück aufmachen. Aber diese Haken waren doch reingeklemmt irgendwo. Ja. Ist noch reingeschoben. So, und das ist der Mitnehmer. Ich verstehe das nicht. So, jetzt geht es da hinten runter. Und jetzt gehen wir, das ist nur vorne verschraubt. Da hinten liegt das nur in den Dingern. Ja. Dann ist das nicht ruhiger. Ja, guck, du bist nicht skeptisch. Das ist von vorne nur geschraubt, da hinten ist es geklemmt. So, jetzt muss ich es wieder vermitteln. So. Hinten hängt das wirklich nur in der Führung, wo wir es reingeschoben haben jetzt. Ja, ist doch gut. Ja, so gut. Hm, hm, hm. Aber die waren schon flippig, oder? Diesen ganzen Corpus Delicti Constructa. Manchmal war manchmal. Du, das... Das hat zu lange gedauert nicht rein einkommen. Guck dir doch mal ruhig die ganze Schiebe der Kacke an. Das ist doch alles mit den Urwellen und was es da noch alles so gab. Und was ist da eigentlich so gut oder so was? Ja, jetzt, aber so über die Zwischendinger. Das ist ja noch richtig... Ich kann mich hier wieder dieses Ding mit einschädeln. Das ist ja alles so schön mechanisch. Veganisch. Das ist ja organisch. Ist das überhaupt mein so? Da kann sich Rudi das nochmal angucken. Hm? So, jetzt gucken wir mal. Wie siehts alles oben am Dach? Na, aber hallo. Das sieht gut aus. Na, aber hallo. Rudi, du hast gut gearbeitet. Ja, das sehe ich doch. Na, aber hallo. Haben wir das nicht prima hingekriegt? Na ja. Eine Stelle. Na, guck dir das mal hin. Das ist das Gummi nicht richtig. Nicht deine Pfoten. Hä, nein. Das ist jetzt so. Das ist das... Da ist das Gummi nicht richtig. Aber der Rest, guck, jetzt sitzt das nämlich ordentlich an der Ecke drin. Und ihr habt da ganz schöne Fettdinger gemacht. Ja, hier, das bist du gewesen. Ich sollte mit arbeiten. Gib mal Poliertuch, die Fettfolge poliert. Ja. Ja. In der Polierabteilung. Stopp! Und jetzt nach unten und im Schrank. Steht Polierzeug. So, dann gibt es eigentlich nur noch das Haubezeichen. Nein, das kommt da nicht dran. Und dann ist alles fertig. Das gibt da nicht. Ja. Es sind doch gar keine Löcher in der Haube dafür. Da kommt keins drauf. Da war keins dran. Da kommt keins dran. Da kommt keins dran. Ohne Brötchen. Ohne Brötchen. Ohne Brötchen. Ohne Brötchen. Da ist Dreck drauf geschmiert. Komm, gib Ongo das Ding. Hallo. Warte, ich mach gleich mal hier noch ein bisschen. Du kannst mir da genau die Fett. Na, guck mal, wie das jetzt drin sitzt. Das ist doch hier. Oh. Willst du noch? Ja. Ich muss ja auch was machen. Ich muss ja auch was machen. Ah, getroffen! Das war jetzt auch noch ein paar Mal verhalten. Uuuuut... Ist mein lieber gut oder hin? Ich weiß. Der Gas hat sich gemeldet. Ah ja. Das war jetzt auch noch ein Moment. Am weitem sieht das schon mal gut aus. Das war jetzt eben gut. Arsch. Das war jetzt vor dem Lied. Vist du denn? Das war jetzt schon mal. Das ist warm, wenn ich die Horde rein. Komm, jetzt die Watteschön. Da sind die Watteschön. Ich muss das wieder auf die Fange kommen. Ja, das ist die Leidung. Ich bin der Wunsch der Helm. Oh, hier ist die Wunsch. Oh, weh. Oh, ja, ich bin der Wunsch. Fahrer, ist doch nicht schlimm! 40 Kuppling muss nachgestellt werden und er fährt sich wesentlich gut, was Kilometer für den Finale, wie spät haben wir es? Wir haben fertig. Ganz einfach, wir haben fertig. Katja, habe ich die Scheibe eigentlich vorhin schon geputzt? Die sieht immer so fusselig aus. Das machen wir zum Schluss nochmal. Von innen und außen nochmal drüber spritzen, aber es ist halt alte Scheiben. So, fertig. Aus der Lack. Ne, nicht aus der Lack. Aus die Maus. Aus die Maus ist eigentlich das Beste. Aus die Maus. Dann werden wir jetzt als allerletztes dann nochmal ein schönes Video drehen, so ein Car-Porn. Und setzen wir uns die nächsten Tage mal zusammen. Am besten noch bevor wir fahren. Also damit ist jetzt eigentlich zum Sonntag vor dem Heimweh. Ab Mittwoch markieren wir, Donnerstag bauen wir auf, also in drei oder vier Tagen. Eigentlich sind noch zwei Tage, der Montag und der Dienstag, wo wir Zeit gehabt hätten. Tja, morgen kriegt er sein Kennzeichen. Dann können wir nochmal kurz fahren. Wobei, ich sage mal, bei der HU und auch beim Gutachten, beim Oldtimer-Gutachten gibt es hier null Diskussionen, glaube ich. Denn der Martin hat es ja schon alles gesehen. Und bei sowas kann die DEGRA theoretisch gar nicht Nein sagen, weil wir arbeiten ja auf Originalität. Wir arbeiten nicht auf irgendwelche verbastelten oder speziell getunten Umbausachen. Gut, den Rest klären wir die nächsten Tage. Wir können jetzt auf jeden Fall das Kapitel schließen. Und ab jetzt sind wir uns sicher, das Ding fährt zum Heimweh und wir müssen drauf schieben auf dem Platz. Die Maus hat es geschafft. Jetzt haben wir die Radkappen drauf. Das waren heute noch kontroverse Diskussionen. Lassen wir die oder lassen wir die nicht? Weil das eine sehr spezielle Form ist, die wir auch noch nie gesehen haben. Wo wir vermuten, dass es irgendwie Versuch war. Denn das ist eine ganz eigenartige Form, wenn man die sich mal anguckt. Aber normal waren wir so vorhin, wir machen Schwarz drauf. Schwarz würde besser wirken. Aber Katja hatte die bloßende Idee. Katja hat gesagt, guck mal, die Dürgriffe sind auch groben. Man hat so recht, alles was rund ist, in dem Auto wird dann doch groben. Lenkrad müssen wir noch für groben. Ach, ohne Lenkrad. Wir müssen mal ins Lenkrad gehen. Herr Tourist. Herr Tourist. Wie hat jetzt eine neue Zeitrechnung angefangen? Die Uhr tickt jetzt. Für den Waren. Den Rest zeigen wir euch mal in einem Detailvideo. Da gucken wir uns nochmal so die eisernen Details an. Was wir noch nicht drauf gebaut haben, ist der Windabweiser oben. Das werden wir dann irgendwann im späten Herbst irgendwann mal machen. Das macht jetzt überhaupt keinen Sinn. Warum, Jens? Der Lack ist noch ein bisschen zu weich dafür. Genau, so ist es. Hier liegt es aber schon. Aber wir wollen nicht, dass wir da oben dann irgendwelche Abdrücke im Lack haben. Auch wenn der wahrscheinlich nie wieder abgebaut wird, muss er nicht sein. So, na dann. Und heute hat der Rüdiger Pluspunkte gemacht bei uns, oder? Heute hat er Pluspunkte gemacht. Da wir das so offen rumgehackt haben, hat er sich jetzt also heute nochmal richtig bewährt. Das Vergaserchen ordentlich eingestellt. Bei der Längsäule hat er nochmal was festgestellt. Da hat ein Ring gefehlt. Aber das werden wir auch in dem Video nochmal alles erzählen. In dem letzten, was wir dann gemeinsam gemacht haben. Wenn wir uns einfach mal wieder hinsetzen, wie im ersten Video, Jens, wir zwei. Und sprechen mal so ein bisschen. Weil es gibt schon so ein paar Sachen, wo man einfach sagt, Es gibt Grenzen, die man überschreitet, wo die Arbeitslust und auch die Gedankenmöglichkeiten, das heißt, dass auch die Auffassungsgabe dann irgendwann komplett erledigt ist. Wo man einfach komplett im A ist. Und dann gibt es halt auch Momente, wo man einfach auch mal stockt. Und wo sich dann die Gemeinschaft hilft. Und dass dieses Mittenlander dann irgendwo funktioniert. Und dann jeder von irgendwas Ahnung hat. Und dann sage ich nur, wir müssen uns dringend nochmal da drüber halten. Nicht unbedingt das Reparaturhandbuch. Aber diese andere Bibel hier. Das hat uns diesmal auch. Also da kann man ja nicht immer sagen, man weiß alles. Wir wissen viel. Aber das hat uns ganz schön oft gerettet. Also du kennst nicht jede Schraube mit Maß und das. Und das ist gut, dass da alles drin steht. Am Ende, sage ich mal, haben wir bis jetzt, wenn wir Autos gebaut haben, hat mich auch nicht interessiert, welches Maß die Schraube hat. Ob das eine M6x12 oder eine M6x15 war. Habe ich die dann eingedreht. Jetzt war eine M6s-K. Das war das Wichtigste. Aber ich kann euch sagen, wir haben bei dem Auto hier wirklich nachersatzteilkatalog Schraubenlängen verbaut. Und auch Schrauben, so wie es sein muss. Und ich würde jetzt am Ende noch jede Wette machen. Jetzt ganz ehrlich. Selbst im Werk haben die das nicht gemacht. Die haben genommen, was da war. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da wirklich alles so gebaut wurde. Weil DDR mehr hatten nichts. Und das, was wir hatten, haben wir dran geschraubt. Wenn was nicht da war, haben die eine andere Länge genommen. Das ist gut. Ja, also das erstmal. Ich glaube jetzt das 35. Video. Dann packen wir noch eine 36 hinterher. Und vielleicht auch noch eine 37. Ich lasse mal euch die Geschichte vom Heimweh erzählen, wie wir sie erlebt haben. Nicht wie ihr es von außen erlebt habt, die dann vielleicht total erschrocken guckten und sagten, Uch, da ist er noch. Denn ihr wart zum Heimweh definitiv auf dem Stand. Sitzpolster im Garten. Beziehungsweise wenn ihr dann am Donnerstag noch guckt oder geguckt habt, vorm Platz oder zu Hause, dann wart ihr auf den Nicht-Mal-Himmel-Einbau. Himmel-Auspacken. Soviel zu dem Thema. Jetzt verdauen wir erstmal, dass er fertig ist. Ja. 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 Mühle